Heute zeige ich dir sieben Effekte, mit denen du deine Vocal-Produktion aufpeppen kannst. Und wir legen gleich los. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Bevor wir gleich loslegen mit den sieben Effekten, noch was ganz Grundsätzliches. Bevor du solche Effekte einsetzt, ist es natürlich wichtig, dass deine Vocals gut klingen. Und meiner Meinung nach ist der Equalizer dein wichtigstes Werkzeug beim Bearbeiten von Vocals. Und weil ich dazu immer wieder sehr viele Fragen bekomme, habe ich dir ein PDF vorbereitet, in dem ich dir erkläre, wie du in fünf Schritten den Equalizer für deine Vocals perfekt einstellst. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du sie dir runterladen. Auf jeden Fall empfehlenswert, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Jetzt legen wir aber los mit Tipp Nummer 1, beziehungsweise Vocal-Effekt Nummer 1. Und das ist das Sampling. Das ist jetzt ein Tipp, der eher in modernen Musikproduktionen angewandt wird. Und Sample ist jetzt unterschiedlich. Das ist jetzt ein bisschen Logic-spezifisch, aber jede DAW hat so ein ähnliches Programm oder so einen Sampler, mit dem du diese Bearbeitungsschritte hier nachvollziehen könntest. Ich habe mir hier einen Loop rausgesucht. Der klingt so. Wir lassen mal Bailey singen. Und ich kann jetzt hier in Logic direkt ein Instrument anlegen aus dieser Stimme im Quick Sampler. Ich habe jetzt hier Slice gewählt und jetzt kann ich hier über meine Tastatur diese Vocal-Samples sozusagen, die hat er mir hier schon gesliced an den Transienten, also geschnitten, die kann ich jetzt über mein MIDI-Keyboard hier direkt anspielen. Okay, du kannst auch die Sensitivität runterfahren, dann sind es weniger Samples, aber mir gefällt es eigentlich ganz gut so. Und jetzt kann ich hier schon anfangen und kann hier aus diesen Vocal-Schnipseln meine eigene Vocal-Spur oder mein eigenes Vocal-Sample erstellen. Ich schaue gerade mal, was hier zusammenpassen könnte. Okay, ich habe was eingespielt und das klingt dann so. Wir legen einen Beat runter, dann klingt es so. Also sehr einfache, aber effektive Methode, um so Ear-Catcher zu generieren. Der eignet sich hauptsächlich für moderne Popmusik und damit geht es weiter zu Tipp Nummer 2. Und das ist das extreme Pitchen von Vocals. Ich ziehe mir diesen Loop jetzt hier nochmal rein, aber diesmal lege ich ihn mir nicht als Instrument an, sondern ich nehme hier einfach die Vocal-Spur direkt. Ich kann das hier wieder zumachen. Und wenn ich jetzt hier doppelt klicke, dann komme ich hier in Logic in mein Flex-Pitch-Programm rein. Wenn du das nicht hast, dann geht das auch mit Melodyne oder irgendwelchen anderen Programmen. Das ist auch möglich. Also ich glaube, Studio One hat auch so ein Programm. Haben eigentlich alle modernen DAWs, mit denen du solche Flex-Pitch-Bearbeitungen machen kannst. Das heißt, du kannst die Vocals manipulieren, höher stimmen, tiefer stimmen und so weiter. Du siehst jetzt also hier diese Blobs, nennen sie sie Melodyne, die ich hier bearbeiten kann. Und wenn ich jetzt hier extrem Pitchen will, dann ist es oft ganz sinnvoll, diesen Vocals hier das Vibrato zu entziehen. Ich habe jetzt hier eine Pitch-Korrektur gemacht, dass die Blobs hier ganz genau auf den Noten, auf den richtigen Noten sitzen. Und jetzt kann ich ihnen hier unten das Vibrato entziehen. In deinem Musikprogramm geht es dann entsprechend anders. Ich schaue hier, dass es nicht zu krasse Ausschläge hier gibt. So sieht es ganz gut aus. Ja, und jetzt kann ich schon anfangen, hier zu manipulieren. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel einzelne Töne umsetzen. Und eine ganz andere Melodie draus machen. Okay, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber was auch geht, ist das Extreme verstimmen. Ich markiere hier wieder alles und das machst du meistens über das, oder es geht am besten mit dem Formant-Shift. Also indem du die Formanten von der Stimme verziehst. Wir können das jetzt hier einfach mal extrem nach unten ziehen. Okay, das hast du bestimmt schon in, gerade bei Rap, Hip-Hop wird das gerne gemacht. Man kann die Formanten auch nach oben verziehen, um diesen Mickey-Maus-Effekt zu haben. Wenn ich das jetzt hier mal so probiere. Also auch mit dem Pitchen, oder gerade mit dem extremen Pitchen, kannst du sehr interessante Effekte erzeugen. Und damit gehen wir weiter zu Tipp Nummer 3. Und das ist das Double-Tracking. Das ist jetzt kein direkter Vocal-Effekt, beziehungsweise es ist eher eine Aufnahmetechnik. Das ist, wenn du die Vocals doppelt aufnimmst. Das hat den Vorteil, dass du zum Beispiel im Refrain eine Stimme in der Mitte hast. Und wenn der Sänger den Refrain zweimal einsinkt, kannst du die Stimme nach links und nach rechts pennen. Du siehst hier zum Beispiel, dass er die Vocals hier doppelt eingesungen hat. An dieser Stelle. Wir können mal kurz reinhören. Und so weiter. Und das hat er hier nochmal gemacht. Auch hier habe ich zum Beispiel zwei Stimmen, die ich benutzen kann. Und kann somit meine Stimme breiter machen, fetter machen, was immer ich auch möchte. Wir gehen weiter zum nächsten Tipp und das ist Distortion. Distortion eignet sich auch besonders gut in Verbindung mit dem Double-Tracking. Ich habe hier meine Lead-Vocals, die siehst du hier. Und ich habe hier meine Distortion-Vocals, also Parallel Distortion nennt man das auch. Und jetzt kann ich hier diese Vocals, die hat er gedoppelt. Das ist immer von Vorteil bei sowas. Und die habe ich jetzt verzerrt. Und zwar habe ich zunächst mal versucht, die Stimme ein bisschen dünner zu machen über den EQ. Das ist nicht so wichtig. Aber hier ist jetzt mein Distortion-Modul. Das ist mein Distortion-Plugin. Das ist direkt von Logic selber. Und jetzt habe ich die Stimme versucht, extrem anzuzerren. Und ich schalte jetzt dieses Distortion-Plugin einfach mal zu. Das ist Logic intern. Also das kann man jetzt alleine schwer anhören. Aber wenn ich es zu der Lead-Stimme dazu mische, dann hörst du, dass die da gleich nochmal viel mehr Drive kriegt. Wenn ich es hier hochfahre. Also es ist nicht der Wahnsinnseffekt. Aber ich finde, so kriegt die Stimme nochmal ordentlich mehr Punch und mehr Rauheit und Aggression. Deswegen ist dieser Distortion-Effekt gerade bei so Rock-Produktionen eine richtig gute Option, speziell um den Refrain anzufetten. Tipp Nummer 5. Das Stereofeld der Stimme verbreitern. Ich habe das in dieser Produktion so gemacht, dass ich mir den Haas-Effekt zunutze gemacht habe, der besagt, dass wenn du ein Stereo-Delay hast, das so eingestellt ist, dass rechts und links das Delay nicht länger als 30 Millisekunden ist, dann wird es nicht als Delay wahrgenommen. Und du kannst die Stimme dadurch aber verbreitern. Ich habe das hier gemacht. Ich habe mir ein ganz normales Delay angelegt. Ganz einfaches Delay, wo ich nur rechte und linke Seite ein bisschen nach hinten verziehen kann. Und du siehst, ich habe hier links 15 Millisekunden eingestellt und bin rechts unter 30 Millisekunden geblieben. Und dieser Aux-Bus hier, das ist ein Stereo-Bus. Das heißt, ich kann die Stimme jetzt künstlich verbreitern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt von Iserturb zum Beispiel auch den Vocal-Doubler, den ich ganz gerne einsetze. Der funktioniert aber mit meinem Mac Mini, mit dem Apple-Chip noch nicht. Und du kannst es auch über Delays machen und es gibt auch andere Plug-Ins, Stereo-Spreader oder was weiß ich. Aber den Haas-Effekt finde ich am einfachsten und er ist dennoch sehr wirkungsvoll. Ich schalte ihn mal zu. Also ich habe jetzt das Delay erst aus und dann schalte ich es hier zu der Stimme dazu. You see the coming clouds again, you're ready for the worst again, you've seen this all before, but this time you've got an open door. Also das ist ein extrem guter Effekt, um die Stimme zu verbreitern. Man könnte den jetzt zum Beispiel auch nur im Refrain zuschalten. Aber es ist total simpel, es ist total einfach und es ist trotzdem ein sehr merkbarer Effekt. Du musst nur aufpassen, wie gesagt, dass du unter 30 Millisekunden bleibst und dass du nicht zu sehr übertreibst, weil ansonsten kannst du Phasenschweinereien kommen. Tipp Nummer 6. Du kannst die Stimme rückwärts abspielen lassen. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst entweder eine komplette Passage rückwärts abspielen lassen. Das hört man oft in Intros von manchen Songs zum Beispiel oder in Zwischenteilen. Das ist auch wieder so ein Earcatcher, wo der Zuhörer merkt, da stimmt irgendwas nicht und somit kannst du ihn bei der Stange halten. Ich zeige dir mal zwei Möglichkeiten, wie du diesen Rückwärts-Effekt sozusagen, die Stimme rückwärts ablaufen zu lassen, wie du die nutzen kannst. Der erste ist, du nimmst dir einfach einen Schnipsel, einen lang angehaltenen Ton und fadest den dann ein, so wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ich habe einfach diesen langen Ton hier genommen oder war es dieser, den habe ich ausgeschnitten, habe ihn rückwärts dann abspielen lassen oder habe ihn einfach rumgedreht. Das geht in jeder DAW ein bisschen anders und dann kannst du den hier einfinden. Ich habe ihn noch mit viel Heil versehen, mit Chorus versehen, einfach, dass ich hier ein bisschen einen spannenden Effekt habe, hier beim Intro. Ist jetzt hier nicht so wahnsinnig effektiv und da könnte man jetzt auch noch mehr machen mit Effekten, aber ich dachte, es ist einfach so ein bisschen so eine Steigerung, bevor er anfängt zu singen. Dieser Effekt ist meines Erachtens aber auch so ein bisschen ausgelutscht schon und ich würde ihn nicht mehr jetzt bei jeder Produktion machen. Was du natürlich auch machen kannst, ist eine komplette Passage rumzudrehen. Ich habe jetzt hier die Vocalspur nach unten kopiert, ist in der gleichen Spur mit viel Heil und Chorus und ich kann jetzt, indem ich hier draufgehe, bei Logic die komplette Passage rückwärts ablaufen lassen und dann klingt das so. Okay, also es kann ganz lustig sein, ich würde es ja nicht übertreiben und auch nicht zu lange Parts machen, aber wenn du es hinten reinmischst im Intro, in der Bridge, in dem Zwischenteil, kann es auf jeden Fall ein sehr wirkungsvoller Effekt sein und damit kommen wir zu Tipp Nummer 7 und das sind die guten alten Effekte Halb und Delay. Und besonders automatisiert kannst du da sehr viel Tiefe und Breite für die Stimme erzeugen. Ich zeige dir mal kurz das Beispiel hier und dann erkläre ich dir, was ich gemacht habe. Okay, was hier passiert, sind zwei Sachen. Ich habe einmal ein Delay eingesetzt, ein Stereo-Delay, das ich automatisiert zugeschalten habe an der Passage, wo ich möchte, dass er anfängt zu wiederholen. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist, ich habe hier auf Bus 9 einen Halb und da habe ich den Send erhöht, also damit praktisch mit seinem letzten Ton, Day Heights the Night Again. Diesen Ton hält er so lang aus. Da habe ich den Hall hochgezogen und schiebe damit dieses letzte Wort nochmal so in die Tiefe. Wir können es uns nochmal solo anhören. Das eignet sich besonders gut für solche Stellen, wo es lang in die Tiefe geht, wo eine Pause kommt, um damit einfach nochmal mehr Dramatik in den Song zu bringen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, hast du auch noch irgendwelche Vocal-Tipps oder was sind deine Lieblings-Vocal-Effekte, die du gerne in deinen Produktionen einsetzt? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare, das interessiert mich sehr, vielleicht lerne ich ja auch noch was. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du es mit dir mit dem teilst, dem es auch weiterhilft, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst oder den Kanal im Bestfall abonnierst. Das waren meine sieben Vocal-Effekt-Tipps. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!